Ich bin heute hier an der Pflegeakademie St. Anna in Papenburg und lerne ein bisschen was über den Pflegeberuf beziehungsweise über die Ausbildung dazu. Und weil ich ja etwas lernen möchte, bin ich natürlich nicht alleine hier, sondern mit Friederike Stubbe und Viktoria Bruns. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Sie erzählen mir heute ein bisschen was über den Beruf, über die Ausbildung generell. Fangen wir vielleicht mal mit einer einfachen oder für sie vielleicht auch schwierigen Frage an, nämlich ob der Pflegeberuf generell ein Imageproblem hat. Ja, in der Öffentlichkeit genießt der Beruf Anerkennung. Wenn man dann aber gefragt wird, was machst du? Und man antwortet, ich arbeite in der Pflege, dann heißt es häufig, oh, das machst du, Respekt. Und da scheint tatsächlich eine falsche Vorstellung von dem Pflegeberuf vorzulegen. Eine falsche Vorstellung, sagen sie. Dann wollen wir doch vielleicht mal mich aufklären, aber natürlich auch unsere Zuschauenden. Und dann können Sie vielleicht mal ein paar Worte dazu sagen, um was geht es denn in dem Beruf? Häufig wird der Pflegeberuf auf Teilaspekte reduziert, wie zum Beispiel die Körperpflege durchführen oder Essen anreichen. Und dabei geht es bei dieser Arbeit um so viel mehr. Müsste ich das in einem Satz formulieren, würde ich sagen, Selbstpflegedefizite erkennen, vollkompensatorisch oder teilkompensatorisch pflegen und den Klienten zur größtmöglichen Selbstpflegefähigkeit zurückzuführen. Aber das klingt halt unglaublich abstrakt. Ja, der Beruf ist einfach unglaublich facettenreich. Pflegefachkräfte retten Leben auf der Intensivstation, in der Notaufnahme. Sie helfen kranken Kindern, unterstützen die Eltern, begleiten auch ältere Menschen im Heim oder aber eben auch in ihrem letzten Lebensabschnitt. Und generell kann man sagen, dass sie viel beraten, viel anleiten und den Pflegeprozess ganzheitlich planen und dann eben auch umsetzen und strukturieren. Also super viele Möglichkeiten beziehungsweise Sachen, die man machen kann, sich ausprobieren kann. Wenn man jetzt die Ausbildung hier an der Schule zum Beispiel abgeschlossen hat und seinen Abschluss in der Tasche hat, was hat man denn dann genau für Möglichkeiten? Wo kann es einen so hin verschlagen? Gerade der neue Beruf Pflegefachmann, Pflegefachfrau eröffnet ganz neue Qualifizierungs- und auch Karrierewege. Anders als früher, also vor der Reform 2020, müssen sich die Auszubildenden nicht schon zu Beginn der Ausbildung entscheiden, wo sie gerne arbeiten möchten oder welches Berufsfeld sie interessiert, sondern sie können eben während der Ausbildung erkennen, welche individuellen Fähigkeiten, Interessen und auch Stärken sie eben haben und was sie vielleicht auch später mal gerne ausüben möchten. Dementsprechend können sie natürlich auch nach der Ausbildung sich dann frei entscheiden, wo sie arbeiten möchten. Die Ausbildung hat eine EU-weite Anerkennung. Sie können in verschiedenen Versorgungsbereichen arbeiten, wie zum Beispiel in Kliniken, in der ambulanten Pflege, in Kindertagesstätten, Arztpraxen, Gesundheitszentren und natürlich auch die vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder aber auch ein Studium im Anschluss. Jetzt haben Sie es gesagt, im Gegensatz zu früher ist man durch diese Ausbildung breiter aufgestellt. Würden Sie dem zustimmen? Das ist tatsächlich so. Das ist sehr zum Vorteil der Auszubildenden, weil sie jetzt verschiedene Einblicke in ganz vielfältigen Versorgungsbereichen bekommen und dann natürlich auch für sich feststellen können, wo sind meine Fähigkeiten, wo sind meine Interessen und die Aufgabe der Pflegeakademie und der Lehrenden ist es dann, die Kompetenzen zu vermitteln, die die Auszubildenden benötigen, um sich schnell in neue Versorgungsbereiche einzuarbeiten und halt auch Verantwortung im Versorgungsprozess übernehmen zu können. Natürlich hat die Politik hier mehr Verantwortung an die Praxis abgegeben. Auszubildende und Berufsanfänger müssen strukturiert eingearbeitet werden, aber wenn man mal in anderen Ausbildungsberufen schaut, ist das da nahezu das gleiche Prinzip und wenn man dann bedenkt, wie komplex unser Beruf eben auch ist, dann ist es nur logisch, dass in der Schule Grundsteine vermittelt werden, die dann eben auch in der Praxis eingeübt und ausgebaut werden müssen. Und das erfolgt dann eben durch entsprechende Fort- und Weiterbildungen, durch Praxisanleitungen und eben dauerhafte und konsequente Einarbeitung. Ein komplexer Beruf. Während der Ausbildung muss man auch in verschiedene Versorgungsbereiche reinschauen, sie kennenlernen, zum Beispiel die ambulante oder stationäre Pflege, Kinderstationen, Psychiatrie, alles sind Möglichkeiten beziehungsweise auch Bereiche, die man halt kennenlernen muss. Wie stellen Sie das sicher, dass man auch wirklich überall mal so reinschnuppern kann? Also wir haben tatsächlich das Glück, Teil eines großen Ausbildungsverbundes zu sein, in welchem alle Einsätze auch abgedeckt werden können. Und zu unseren Kooperationspartnern im Ausbildungsverbund zählen drei Kliniken sowie mehrere Altenheime und ambulante Pflegedienste. Und das bringt eben auch viele Vorteile natürlich auch für die Auszubildenden mit sich. In diesen Einrichtungen wird eben überall mit den gleichen Dokumenten gearbeitet und eben auch mit den gleichen Anforderungen. Und diese sind eben auch für die Auszubildenden jederzeit transparent. Also großer organisatorischer Aufwand. Wer plant denn das Ganze? Bei über 200 Auszubildenden ist das tatsächlich ein großer Aufwand, eine große Herausforderung. Wir haben hier eine Verwaltung, die diese Aufgaben übernimmt. Sie kümmert sich darum, dass Termine, wie zum Beispiel die Praxisbegleitung zwischen der Pflegeakademie und den Einrichtungen, abgestimmt werden. Sie prüfen Bewerbungsunterlagen oder nehmen die Ausbildungsnachweise der Auszubildenden entgegen und prüfen die auf Vollständigkeit. Kommen wir mal auf das Haus hier vielleicht ein bisschen mehr zu sprechen und wie so der Alltag hier aussieht. Was können Sie mir dazu so erzählen? Genau, der Unterricht beginnt von montags bis freitags um 8 Uhr und geht dann von montags bis Donnerstag bis 15.15 Uhr. Und am Freitag endet der Unterricht um 13 Uhr. Und wir haben hier das Blocksystem. Das bedeutet, dass unsere Schüler entweder für einige Wochen bei uns an der Pflegeakademie sind, in der Theoriephase oder aber eben bei ihrem Träger der praktischen Ausbildung, wo sie dann den praktischen Teil durchführen. Und dann kommen wir von der Ausbildung ja ein bisschen mehr schon wieder darauf zu sprechen, was im Anschluss vielleicht auch stattfindet, beziehungsweise was den beruflichen Alltag dann auch angeht. Welche Aufgaben gibt es und welche Herausforderungen muss man sich stellen? Das Wissen im Gesundheitswesen entwickelt sich und aktualisiert sich rasant. Dadurch steigen die Anforderungen an die Pflegefachkräfte und auch an die Auszubildenden. Und die Themen wie Fort- und Weiterbildung, die sind elementar und begleiten die Mitarbeiter im Gesundheitswesen eigentlich den kompletten beruflichen Prozess entlang. Und umso wichtiger ist es, künftige Mitarbeiter im Gesundheitswesen schon während der Ausbildung darauf vorzubereiten, sich diesen dynamischen Prozessen der Wissensaktualisierung anzupassen, damit sie auch den Ansprüchen der realen Arbeitswelt begegnen können. Und da spielt natürlich auch die Digitalität eine wichtige Rolle. Bei uns in der Ausbildung bekommen alle Auszubildenden zum Ausbildungsbeginn ein Tablet von ihren Trägern der praktischen Einrichtungen. Wir haben hier eine Online-Plattform, Lele, wo Ausbildungsinhalte hochgeladen werden, wo Auszubildende sich austauschen können. Wir haben hier WLAN-Zugänge. Also Digitalität spielt hier eine wichtige Rolle. Aber dadurch, dass Wissen immer und überall abrufbar ist, ist es für uns wichtig, den Auszubildenden beizubringen, was sind gute Wissensquellen, womit kann ich arbeiten und was sind eher nicht so gute Wissensquellen, damit sie dieses Wissen halt auch anwenden können und damit auch umgehen können. Und dadurch können wir auch moderne Lernmethoden integrieren in unseren Arbeitsalltag. Dazu haben wir zum Beispiel unsere digitalen Reanimationspuppen. Die sind mit einer App verbunden, können dann auch quasi an den Legamaster übertragen werden, wo dann der Lehrende in Echtzeit die Qualität der Reanimation überprüfen kann. Das heißt, er kann sehen, wie ist die Drucktiefe, wie ist die Frequenz, wie ist die Beatmung, die der Auszubildende gerade durchführt und kann dementsprechend auch relativ zügig korrigierend eingreifen. Das hört sich für mich schon nach einer Besonderheit auf jeden Fall an und dass Sie hier auch breit aufgestellt sind, aber vielleicht nochmal zu der Pflegeakademie an sich. Was ist denn das Besondere an diesem Haus hier? Zum einen profitieren wir auf jeden Fall von einem sehr breit aufgestellten Team. Alle Lehrenden haben einen Masterabschluss oder befinden sich auf dem unmittelbaren Weg dorthin. Und zudem haben wir im Team unter uns Lehrenden auch ganz unterschiedliche berufliche Qualifikationen. Der überwiegende Teil von uns sind Pflegefachkräfte, aber wir haben auch Physiotherapeuten und auch eine Hebamme. Und da ergänzen wir uns eigentlich sehr, sehr gut. Und man muss auch betonen, dass das Arbeitsklima hier wirklich auch sehr angenehm ist und auch sehr, sehr produktiv ist. Und natürlich zum anderen auch das imposante Gebäude, was eben auch ursprünglich ein Bahnhofsgebäude war und eben auch erst vor kurzem erst kernsaniert wurde und auch total digital ausgestattet wurde. Und insgesamt sind wir sehr transparent in unseren Entscheidungen. Wenn Auszubildende Gesprächsbedarf haben, dann können sie jederzeit auf uns zukommen, können mit uns reden. Und uns ist es insgesamt wichtig, dass die Auszubildenden ein berufliches Selbstverständnis entwickeln und sich für sich und auch für ihren Beruf einstehen können, sich stark machen können. Ja, und deswegen sind wir hier auch sehr werteorientiert. In meinen Notizen steht, ihr Claim ist, erlebe den Unterschied. Was genau bedeutet das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Jeder einzelne Mensch kann den Unterschied für einen anderen Menschen machen. Der Auszubildende ist der Unterschied für den pflegebedürftigen Klienten auf der Station oder wir als Lehrende, die den Auszubildenden Orientierung geben, die helfen zu strukturieren und so auch Wegweiser sein können. Ja, das ist ja eigentlich ein super schönes Schlusswort. Damit sind wir mit unserem Talk auch schon am Ende. Und ja, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.